Heute möchte ich dir sechs essentielle Strategien für dein B2B-Marketing vorstellen. Also das ist für dich interessant, wenn du es selbst an andere Unternehmen verkaufst. Im B2B-Marketing ist eine Vorstellung sehr weit verbreitet und zwar, dass Unternehmen an Unternehmen verkaufen. Das ist aber falsch. Am Ende verkaufst du auch wieder an andere Personen. Also People kaufen von People. Und an der Stelle ist dein Marketing genau darauf abzustellen, nämlich dass du andere Personen erreichst, die natürlich in ihrem Unternehmen Entscheider sind, Einkäufer, Geschäftsführer und so weiter. Und denke immer daran, dass genau diese Personen sich in der Online-Marketing-Welt genau auf solchen Plattformen rumtreiben, die klassischerweise eher für den Bereich B2C gesehen werden. Also bei Facebook, Instagram, YouTube und so weiter. Genau da kannst du deine Kunden auch für das B2B erreichen. Nächster Punkt. Suchmaschinenoptimierung im B2B. Das ist etwas spezieller als zum Beispiel im B2C-Marketing. Im B2B ist das Ganze sehr viel spezifischer. Also wenn dich jemand in der Suchmaschine sucht oder deine Produkte oder Dienstleistungen du bietest, dann sucht er natürlich ganz anders wie in anderen Marketing-Bereichen. Deshalb ist dein Content, den du hast, spezifischer auf diese Zielgruppen abzustimmen. Und du wirst nicht Millionen von Suchen im Monat haben, sondern nur einige spezifische, in die du dich aber mit einer guten Strategie auch positionieren kannst und dann genau den richtigen Traffic, die richtige Zielgruppe erreichst. Und hier ist immer wichtig zu sehen, dass diese Art von Suchbegriffen eher informativer Natur sind. Also Menschen informieren sich über etwas. Die Kraft von Social Media Marketing im B2B-Marketing. Auch im B2B-Marketing ist Social Media ein verdammt mächtiges Werkzeug. Geschäftsführer, Einkäufer, Marketingleiter, die treiben sich natürlich auch in sozialen Medien herum oder auf YouTube. Und genau da wäre es Verschwendung, genau diese Plattform nicht zu nutzen, mit deinen Angeboten oder auf deine Angebote aufmerksam zu machen und damit diese Personengruppen für dein Business nicht zu erreichen. Hierbei ist es allerdings wichtig, darauf zu achten, dass diese Inhalte, weil wir im Social Media Umfeld sind, natürlich unterhaltsamer Art sind. Die sozialen Plattformen geben dir einen Unterhaltungsfeed, in dem du dein Content verbreiten kannst. Und wenn du das natürlich langweilig machst, wird diese Zielgruppe auf diesen Content natürlich überhaupt nicht anspringen, sondern Mehrwerte bringt dich da schon deutlich weiter bei deiner Content-Produktion. Und natürlich solltest du hier auch ganz stark auf das Thema Video setzen. Und genau hier sind wir schon beim nächsten Punkt, nämlich Videomarketing. Wie transportierst du heute komplexe Inhalte? Das machst du nicht mehr durch irgendwelche Bildchen, sondern das machst du natürlich durch Videos. Mit Videos kannst du Menschen viel stärker in deine Erzählung, in deine Storyline reinziehen, deine Kompetenz unter Beweis stellen und natürlich für deine Produkte oder Dienstleistung werben. Genau deshalb solltest du darauf setzen. Und wenn du für dein Business Inspiration suchst, dann schau dir mal an, wie andere Firmen das Ganze im B2B auch schon machen. Einfach mal durchscreenen, was bei TikTok oder im Social Media, bei Instagram so in den Feeds läuft von anderen Unternehmen. Und da kann man sich durchaus auch inspirieren lassen, denn die Welt müssen wir ja nicht immer neu erfinden, oder? Eine der wichtigsten Strategien Content-Marketing, Content-Marketing, Content-Marketing. Das ist heute der Place to be, wenn du erfolgreich im B2B-Business sein möchtest. Das geht erst einmal so weit, dass du natürlich eine eigene Social Media Präsenz brauchst, aber dass du natürlich auch auf YouTube sichtbar bist. 60% der Menschen in Deutschland schauen jeden Tag YouTube. Und hier hast du eine Plattform, auf der du durchaus mit deinen Angeboten sichtbar werden kannst. Und das völlig kostenlos. Nutze sie. Die nächste Strategie, PBC und E-Mail-Marketing. Das Ganze geht zum Teil Hand in Hand. PBC sind bezahlte Anzeigen. Das Ganze kennst du vielleicht von Google, wenn du einen Begriff suchst, kommt eine Anzeige, die da geschaltet wird. Oder im Bereich Social Media, auch da kannst du Anzeigen kostenpflichtig schalten. Das Wichtige ist, hier erreichst du eine Zielgruppe, die du überhaupt noch nicht kennst. Und im besten Fall hast du natürlich eine E-Mail-Liste, also E-Mail-Empfänger, die du dir aufbaust. Und natürlich diese Zielgruppe in deinem Business einziehst. Mit Storytelling, dein Unternehmen vorstellst, deine Angebote. Und dann kannst du hinten raus diese Listen auch aufladen, genau mit diesem PBC-Bereich, also mit bezahlten Anzeigen vorne, dass du hinten deine Listen auflädst. Was sich dafür sehr gut eignet, sind White Paper. Wenn du zu deinem Angebot ein tolles White Paper als Mehrwert erstellen kannst. Aber hier ist es wichtig, Mehrwert, nicht dass im White Paper nur geschrieben wird, sondern es soll natürlich etwas transportieren. Wo ich dann, wenn ich es mir untergeladen habe, auch sage, tolle Sache, da habe ich jetzt eine Information, die ich vorher nicht hatte. Wenn du das tust, kannst du damit in die Werbung gehen und im besten Fall dann auch potenzielle Kunden an dich binden. Zum Abschluss möchte ich dich noch auf unseren Online-Marketing-Newsletter aufmerksam machen. Den kannst du abonnieren, wenn du auf den Link weiter unten klickst. Wenn wir dich selber unterstützen können im Bereich B2B-Marketing, dann melde dich doch bei uns und wir schauen, ob wir dir helfen können. Und bis dahin bin ich raus.